Augustinus von Hippo war ein römischer Bischof und ein bedeutender Kirchenlehrer des frühen Christentums. Im fünften Jahrhundert schrieb er folgende Worte. Was sind überhaupt Staaten, wenn die Gerechtigkeit fehlt, anderes als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Staaten? Sie sind eine Schar von Menschen, werden geleitet durch das Regiment eines Anführers, zusammengehalten durch Gesellschaftsvertrag und teilen ihre Beute nach Maßgabe ihrer Übereinkunft. Weiter zitiert Augustinus eine Anekdote von Cicero, dem römischen Senator, in der Alexander der Große einen Pirat gefangen nimmt und ihn fragt, wie er es denn wagen kann, die See unsicher zu machen. Darauf antwortet der Pirat frech, wie kannst du es wagen, die ganze Welt unsicher zu machen? Weil ich nur ein kleines Schiff habe, nennt man mich ein Räuber, während du eine riesige Flotte hast und darum Gebieter genannt wirst.